Wollte bitte eine Mucke, du blöde Werbung. Bitte halt deine. Danke schön, du blöde Werbung. Mensch, Mensch, Mensch. Erstmal Werbung klappenspielen, ne? Okay. Streamen sollte an sich, sollte er laufen eigentlich schon. Ich weiß es noch nicht genau. Das werde ich jetzt gleich herausfinden. Indem ich nämlich einfach gucke, ob ich schon was machen kann. Also da sehe ich live aus auf jeden Fall. Ja, momentan auch schöner Blackscreen. Geilo. Das ist natürlich immer das Beste. Aber ich sehe mich komischerweise noch nicht selbst online. Aber ich sehe mich komischerweise noch nicht selbst online. Okay, also man hört mich auf jeden Fall schon mal. Ist schon mal gut. Hallo, ich würde mich ganz gerne nochmal selbst sehen, aber ist okay. Komm, ich spreche jetzt schon mal Black Ops an, dass es wenigstens irgendein Hintergrund hat. Überarbeiten wir das nochmal kurz. Nein, muss ich anders machen. Black Ops 3. Farmers. Ausgleichen. Spielen. Spielen. Call of Duty Black Ops 3. Deutsch. Das ist schon besser. Das ist schon besser. Mal ganz kurz gucken, wie viel Verzögerung der streamen hat. Das sieht so krass aus, wie viel Verzögerung. Ah, nee, geht aber. Geht aber. Geht noch fit. Twitch App, warum zeigst du mir nicht an, dass ich online bin? Mensch, 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 Mensch. Twitch App, Twitch App, Twitch App. Jetzt erstmal die Audio checken und hast du noch nicht gesehen. Ah, live, da geht es doch. Ein Zuschauer. Schand. Das funktioniert also schon mal ganz gut auf jeden Fall. Das ist unten auch das mit den beiden Augen und so. Aber wahrscheinlich bin ich diese eine Zuschauer, also alles gut. Aber naja, ich muss nur mal kurz gucken, ob die Audio auch so passend ist. Gucke ich einfach mal. Ich spreche, wieso spreche ich die ganze Zeit im TS auch. Okay. Jetzt nicht mehr anscheinend. Sehr schön. Aber der Stream läuft auch immer noch nicht richtig. Game-Aufnahme. Ähm. Ich würde es gerne Black Ops 3 wieder geben. Okay. Jetzt Black Ops 3 wieder? Okay, ich sollte auch mit dem Mikrofon sprechen, merke ich gerade. Okay. Wichtig, wichtig, mit dem Mikrofon zu sprechen. Boah. So. Ähm. 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 Können wir doch einfach mal kurz nach. Läuft ja nicht so weit? Loll, irgendwie habe ich manchmal solche komischen aussieht mit dem Mikrofon. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ja, das ist sehr, sehr, aber jetzt übersteuere ich aber. Was ist das denn? Neues geht es ja schon nicht so weit reingedreht oder so. Ah, super, jetzt habe ich natürlich meine, ich bin gerade mal irgendwie ausgemacht. So. Bäscher. Bäscher, Bäscher. Und. Was ist das? Was ist da los? Jetzt müssen wir ja immer auf Steam publizieren, dass ich da nicht zocke. Ich hoffe mal, dass der Sound... ...sound so klar geht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich bin immer da so dermaßen dumm. Irgendwie gefällt mir der Sound von der Stimme her nicht. Da liegt das gerade an meinen komischen Kopfhörern mal wieder. Kann natürlich auch sein. Kann ich glaube, man hört extremstes Rauschen einfach die ganze Zeit. Ich habe mal kurz die Musik ausgemacht im Stream. Gucken wir mal, ob das extreme Rauschen da immer noch ist. Mal kurz in der Gruppe publizieren, dass ich streame. Mal gucken. Also die Musik ist jetzt aus. Ich höre mich gerade ziemlich weit zurückgesetzt, so wie ihr mich hört. Halt. Alter, man hört einfach alles. Was ist das denn? Das ist die richtig qualitativ schlechteste Audio, die ich jemals gehabt habe. Verdammt, ey. Vor allem hatte ich heute gerade für keine Zeit, das zu testen, Mann. Zum Kotzen. Ich habe mal kurz nochmal den... ...den Noise Gate von dem Dings reingepackt. Ja, das sieht besser aus jetzt, glaube ich. Hoffen wir mal, jetzt sieht es besser aus. Ja, und da ist eine Zuschauer wieder weg. Man hört einfach alles, ey. So, mal kurz gucken, ob es jetzt immer noch so ist. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ja, ja, jetzt ist es auf jeden Fall besser. Musik ist wieder angeschmissen, sehr schön. Dann kannst du jetzt auch endlich mal irgendwann mal losgehen, wenn ich dann nochmal in die Gruppe geschrieben habe. Gruppen. Knarch. Ein Stuhl, ey. Grausam. Lol. Da, Gruppe. Mal eben... Events. Ne, Ankündigung war das, ne? Ankündigung, ja genau. Da ist die Musik auch wieder bei mir, gerade beim... Ich gerade höre. So, ähm... Ankündigung veröffentlichen. Livestream. Jetzt. Ausrufzeichen, 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 Ausrufzeichen. Nachrichten. Da, zack. So. Mein Kündigung veröffentlichen. Wenn man ja nicht mehr im TS um... Nickname ändern. Oh, shit, hat mein Headset gerade gepiept. Ähm... Wir haben die... Live... ...at... ...Twitch. Zack. So, passend tut das wieder. Und meine, ich sag, sogar die Musik ein ticken lauter noch. Na, nicht so krass lauter. Da kann ich mein Headset auch mal mal anschließen. Wir haben jetzt gleich schon Viertel nach wieder. Und ich hab noch nichts hingekriegt. Sehr schön. Warum... Jetzt ehrlich, ich sag auch immer, ja... Wir müssen so spätestens um... ...neun Uhr fertig sein mit Essen. Wann sind wir fertig? Fünf vor neun. Äh... Nicht so cool. Nicht so cool. Hat zwar die Zeiten eingehalten, aber das... ...das bringt mir dann auch nicht mehr viel. Dann kann ich vorher nichts testen. Und ich wollte den Stream schon eine halbe Stunde vorher angeschmissen haben. Aber nein... ...ist nicht. Oh, wie mein blöder Stuhl knatscht. Das ist grausam. So, jetzt lädt das Stuhl mit meinem Handy natürlich noch nach. Okay, sehr schön. Egal. Passt eigentlich alles soweit. In Anführungszeichen. I hope so. Wollen wir mal sehen. Hier, was wir hier jetzt nochmal kurz reißen werden. Ich denke mal, viel Black Ops werde ich nicht streamen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen, wie auch der Zuspruch ist. Bonus. Natürlich. Mehr Bonus. Natürlich. Ja, genau. Genau. Sonst noch ein Wunsch. Ich hätte jetzt eine andere Lobby. Ja, genau. Was ist denn da gerade los? Das Team-Profil von dem Typen will ich auf jeden Fall mal sehen. Aber ich glaube, ich bin mal Team Deathmatch. Ich habe gar keinen Bock auf diese Über-Lobbys, ey. Das ist ja viel zu krass, ey. Viel, viel zu krass. Ah, hallo Zuschauer. Was geht ab? Ich hoffe, der Sound geht irgendwie klar. Ich habe da irgendwie mega die Probleme gerade mit. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Auf einmal auch in den Aufnahmen oder so. Auf einmal. Nö. Ich bin jetzt mal kacke. Ich mache irgendwie einen Kack-Sound. Ah, schön. Beim Feuer war es alles so wunderbar. Jetzt auf einmal. Keine Ahnung, was das soll. So, wollen wir doch mal die schöne Farmers wieder auspacken hier. FFR natürlich. Obwohl, ich habe jetzt im Stream auch Farmers geschrieben, aber... Es ist ja auch eigentlich die Farmers, ne? Es ist ja auch eigentlich die Farmers. So. Da ist ein Zuschauer auch wieder weg, aber ich glaube, das war ich selbst. Ciao, ihr beiden. Das ist nochmal drei gewesen. Das traue ich mich eigentlich noch nicht hier runter, aber da ist einer. Boah, 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 war das schlecht, war das schlecht, war das schlecht. Oh, danke, du hast mir den Arsch gerettet, Kollege. Oh, shit. Ich weiß genau, dass du da irgendwo stehst. Unter dem Berg. Richtiger Kackbrunner, richtiger Kackbrunner. Aber jetzt sind wir... Oh, fuck. Er trifft uns da, er trifft uns da. Wir sind hier mal weg. Wir sind hier mal lieber weg. Oh, und dann sterben wir so dumm, ey. Wenn ich nicht genau genug am Bildschirm dran sitze. Achtung, das könnte jetzt ein bisschen Schmerz für die Ohren werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schmerzhaft für die Ohren. Ich habe mich mal ein bisschen näher zum Links hingesetzt. So, ein bisschen näher zum Bildschirm. Dann straffe ich auf was. Haufe ich mal. Haufe ich mal. Mal gucken. Tschüss. Boah. Der hatte mich aber gut drauf. Der hatte mich echt gut drauf gemacht. Boah, hat aber Glück gehabt, ey. Gutes Aim, gutes Aim. Loil. Der Crazy Monkey hat es echt drauf. Na gut, der hat auch... Der hat auch schon 6 zu 2. Ich hatte gerade auch ein 6 zu 2. Verdammt, jetzt habe ich kein 6 zu 2 mehr. Was zur Hölle? Interessant. Dann hätte ich da ein 7 zu 2 haben müssen, aber... Leider nicht. Loil. Das will ich jetzt sehen. Hatte er ein Glück, dass er genau in dieser Sekunde dahin geguckt hat. Ich habe aber immer Time Unlock. Das ist das Größte, was mein Problem ist in meinem Spiel. Fast immer Time Unlock. Wow. Loil, meine Maus ist leer. Gut, dass der nichts gecheckt hat. Gut, dass der nichts gecheckt hat. Hilfe. So. Besser. Tschaui. Hinten spawnt keiner von denen, glaube ich. Solange ich hier rumtanze. Das ist ganz geil. Was hieß der denn da? Okay. Wow. Nein, da kommt der mit der Sche... Lass mich raten. Naja, noch nicht... Aber kein... Noch nichtmals... Noch nichtmals thermal drauf, ja? Das ist schon mal ein fortgeschrittenerer P-06-Spieler. Das kann ich ja so gar nicht leiden. So P-06 und dann noch thermal da drauf. Ach komm. Die Farmers ist einfach nicht gut genug dafür, ey. Die Farmers ist einfach nicht gut genug. Ich habe ihm aber gut gegeben, aber nein, er schaltet mich auch noch aus. Schade. Ist das eigentlich zu laut, wenn ich schieße? Ah, jetzt sehe ich aber gerade, dass der Sound irgendwie... Doch. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen die Audio vom anderen ein bisschen runter regeln. Damit das passiert. Ah, come on, come on, come on, come on, come on. Ja, geht aber. So müsste es gehen. Ich muss meine Stimme ein bisschen lauter als das andere Sound. So müsste es eigentlich klar gehen. Was zur Hölle ist mit dem los? Guck mal, die Waffe verzieht einfach gar nicht. Die Farmers verzieht so auf Gefährdung, so brrrt, direkt nach oben. Leider verzieht einfach null. Wenn ich jetzt die VMP spielen würde, würde ich auch besser dran sein, aber... Leider spiele ich die gerade nicht. Wow. Dann muss ich jetzt hier weg. Hilfe. Steht der weg, da von denen. Ach, da steht der weg, da von denen. Komm, geh doch kaputt, ey. Ja, und er macht ihn kaputt, das darf nicht wahr sein. Ich sitze die ganze Zeit und mach, 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 mach. Dann macht er einfach einen Schlag und macht ihn kaputt. Das darf nicht wahr sein, ey. Ciao. Zum Glück, der ist gestorben da drin mit der scheiß P06. Oh, Mann. Das war mein Kill. Jawohl, das war ein Killsteal. Ja, endlich. Mein Gott, hab ich diesen Typen mal down. Wurde aber auch mal Zeit. Oh, nee, oder? Ich bin in der Sekunde, wo die Kontradrohne aktiv wurde, meine Drohne eingesetzt. Super. Da ist noch irgendwo einer. Ich brauche, wie ich nichts getroffen habe und der einfach schon angehltet war, deswegen habe ich ihn gekriegt. Oh, weg hier. Das ist auch mein Wächter, das finde ich schon mal ganz geil. Ich spawne sicherlich gleich wieder da. Nicht drauf wetten. Jetzt den anderen Spawn wieder rushen und dann sollten wir wieder auf der anderen Seite spawnen. Hoffe ich einfach mal. Jawohl, das war genial. Jetzt freue ich mich nicht mehr allzu viele für meinen... Nein, geh weg da, geh weg da. Oh nein, ich komme nicht mehr weg. Ich habe mich irgendwie komisch hochgezogen. Oh nein, bitte nicht, ey. Du hast einen Müll. Komm schon. Der immer mit deinen blöden Headlitches. Und weg bin ich. Aber dieser Crazy Mark, der ist ständig nur im Headlitch drin. Trägt mich ein bisschen auf. So, jetzt wollte ich das auch mal so machen, so zu steilen. Tschüss. Ich habe dich gesehen. Jawohl. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst hier. Da habe ich auch einen gesehen, aber... Der challenged mich nämlich. Den muss ich nicht challengen. Ah, ich wusste, dass da noch einer von hinten kommt. Ich habe es gehört, aber... Ich konnte ihn mir nicht holen. Konnte ihn mir nicht holen. Na, komm. Ist ja wieder der Headlitch-Typi. Ciao, Headlitch-Typi. Wir sind am Gewinnen. Jawohl. Sehr nice. Jetzt ist es wieder unentschieden. Boah, nee, ey. Kämpft doch noch mehr da drin, bitte. Kommt schon, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. Jawohl, den haben wir. Dann kommt er wieder in seinem blöden Headlitch, ey. Aber der Typ ist echt. Mit 28, 10. Wenn der mal nicht in dem Headlitch stehen. Tschüss, gesterben. Jawohl, nice. Der wollte halt einfach schon wieder in den Headlitch schreien, ne? Habt ihr gesehen. Und wieder hier hinter sich so eine Kiste stellen und dann mal schön drüber gucken. Die anderen können da nicht drüber gucken. Wer steht, der steht jetzt wieder dahinter. Ne, tut er diesmal nicht. Der kommt sicherlich gleich wieder dahin. Wow, weg hier, weg hier, weg hier von der Feindfläche. Schade. War zum Gut versucht. Guter Versuch. Nein, er holt mich weg mit meinem Scheiß Stacheln. Das gibt es nicht. Mann, da hätte ich ihn so schon wegholen können. Nein, ich verkacke. Komm, Drohne. Vielleicht bringt es uns noch was. Ja, es gibt es nicht. Und der andere läuft auch noch da rein. Oh nein, ey. Ich hab beide nur angehittet. Bad Game. 6, 18. Bitte dich. Komm schon, ey. So. Alle im Team sind einfach negativ bei mir. Fast alle. Nee. In seinem Team sind fast alle negativ. Und in meinem... Ah, gibt es doch nicht, ey. Headglitch King. Er hat ständig nur in Headglitches gesessen, ey. Das war so grausam. Ich kann ja meine Titel ändern. Arbeiten. Arbeiten. So. lassen wir die Tor mal gucken, was wollen wir jetzt auf die Farmers drauf machen Lasermarkierer könnten wir drauf machen, brauchen wir nicht will das Schnellfeuer mal nicht freischalten und erweitert das Magazin ohaja, das wünsche ich mir auf diese Waffe weil die ist so schnell leer einfach hier ist nicht so viel Schuss drin, ist das Problem naja naja, naja, naja ich wundere es aber einfach, sie schreiben so viele in meine Kommentare ja, cooles Video, ja, toll, super ist auf jeden Fall cool, dass ihr das macht aber warum seid ihr dann bei den Streams meistens nicht dabei klar, man kann zeigen, dass einer keine Zeit hat oder zwei keine Zeit haben oder drei oder vier aber es sind ja, das weiß ich nicht, mindestens fünf, sechs Leute die so immer unter die Videos schreiben was ich mega, mega cool finde davon mal abgesehen das ist nicht mega nice von euch richtig nice aber so im Stream so ganz alleine zu sein finde ich ja auch ein bisschen traurig oder ich switche gleich einfach mal auf YouTube um auf YouTube-Streaming vielleicht sehen das da ein paar mehr einfach das werde ich sogar gleich auch mal machen da habe ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt hier diesen Stream so weit einzurichten dass der auch gut funktioniert mit Chat und hast du nicht gesehen dann switch ich auch noch auf YouTube um bei YouTube gibt es halt noch keine Anleids und hast du nicht gesehen das finde ich ein bisschen traurig bei YouTube so easy erst mal eine Crazy Monkey erledigen erst mal voll gegen den Crazy Monkey verkacken ja komm jetzt läuft mit der WMP rum WMP-Nap WMP-Nap will ich auch eigentlich das ist meine Mainwaffe so die ich normalerweise spiele die WMP wobei wir jetzt natürlich die Farmers haben muss man die auch spielen als ob das der Crenshaw ist der faked ihn ja immer wieder könnte vergessen er könnte ganz klar vergessen boah könnte man aufhören die scheiß Pumpe zu spielen dankeschön der Lappen stirbt doch mein Gott ja und natürlich schießt er dann erst auf mich und nicht auf den anderen schießt dann konzentriert er sich nur auf mich weil ich nachladen musste gibt's nicht gibt es nicht wooser ach komm ey hör doch auf die Pumpe zu spielen du scheiß Basti in meinem Team ey mal mehr mit dem Mauswert ein bisschen ranziehen hier fuck Schwebeladung komm mal hier weg also das muss ich jetzt nicht verstehen ich war mehr ich hab früher angefangen zu schießen hab mehr auf ihn geschossen und ich sterb trotzdem und die einzigen Schüsse haben einfach nicht getroffen richtig merkwürdig einfach ciao boah hatte ich ein Glück da hatte ich ein Glück gerade war richtig ey und dann kommt wieder der der zieht mich so auf man der kriegt gleich noch einen von mir mit der WMP gedrückt kannst du aber drauf hätten alter alle mit dem WMP am Bienen hier war eine krass gute Waffe aber das ist ein bisschen also kacke was nimmt er dich hoch oh mein Gott ey ich hasse das ich will nämlich mal nicht das machen was man machen will tschüss ich will ich will sie gerade hierherlaufen sehen oder nicht ne ach komm du Pussy man ich lasse meine Stacheln ein ey jetzt sterbe ich gerade nur an Spezialisten oder was das ist doch zum kotzen wieder der steht hier immer noch oben drauf ne tut er nicht ok wieder noch ein Assist noch nichtmals ein Assist was ist das ich treffe nix ich treffe ich diesen den treffe ich nicht wartet mal ey jetzt reicht's mir mit der scheiß FFA na komm den musste ich jetzt aber mal langsam töten ne guck mal ich ich schieße er treffe ihn treffe ihn treffe ihn nichts passiert den hab ich so gehitmarked ey tschüss und er steht wieder da oben ey dieser crazy monkey ist auch am schimmeln wie so ein Gott 1713 und ich kriege den einen Assist nach dem anderen fünf Assists schon wieder wow ich glaub da kommen ein paar da waren noch einmal drei Punkte auf der Map zu sehen ciao jawohl der war gut hab ich den auch irgendwie gehört nach Wusten gehört fuck da werde ich von der anderen Seite abgeschossen wurde ich auf einmal von der anderen Seite abgeschossen das war nicht so geil jetzt find ich wieder keinen mehr das gibt's nicht super super mein Gott das zu treffen war jetzt aber auch schwierig so und dies Drohne raushauen die beiden ausschalten jetzt nochmal kurz zurück dann den da vorne noch ausschalten wo ist er er ist noch nicht mehr die Drohne zerstört ich komm jetzt eh nicht mehr daher oder kommen sie nicht ne weh aber die kommen jetzt wahrscheinlich nicht wieder hierher doch komm schon den hatte ich noch auf der Kimme den hatte ich noch auf der Kimme ah man so aber irgendwie ich glaub Twitch wollen so wenige ich denke die Ergebnisse meiner Arbeit sprechen für sich wie viel haben wir eigentlich schon wieder 21.30 alles klar alles klar halbe Stunde am Stream ein Zuschauer gehabt läuft ja fast läuft ja fast läuft ja fast ich guck mal ob mein Audio wirklich so grausam ist dass man mich wirklich nicht geben kann Twitch 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 App wo hab ich dich ich bin viel zu laut die Musik ist viel zu leise die Musik hat immer ein bisschen lauter gemacht ganz klein bisschen leiser kann ich die vielleicht machen so so minus 3 Dezibel oder sowas das geht vielleicht schon klar aber dann passt es eigentlich auch ja so geht es eigentlich ganz gut klar also vom Sound her ist es okay Handy geht weg ich brauch meinen Plot für meine Maus und ich brauche keine Ahnung diese geile Waffe hier ich weiß nicht ob man mich tickern hört ne man hört mich nicht tickern man hört mich auf jeden Fall nicht wenn ich nicht spreche hört man mich nicht tickern weil wir alle über rechts gelaufen sind aber einfach alle sind über rechts gelaufen schau einer war hier noch irgendwo einer ist hier ums Haus drum herum stirbt doch dankeschön ich gehe mal kurz hier rein mal gucken sauber aus ich habe es daher noch sehr sauber sehr sauber aus ich gehe mal kurz den Headwitcher weg hier weg hier weg hier mein Gott was war da denn bitte eine Drohne Drohne ist immer gut die sind alle hinten gespawnt bei sich wieder jetzt muss ich nur darauf achten dass sie nicht durch den alter Verwalter die laufen alle durchs Mittelfeld Wächter in Bereitschaft Feinde haben unsere Drohne zerstört Drohne näher zerstören wir jawoll jawoll Glück gehabt man weil ich snipen wollte hatte ich fast verkackt ist da was ich gehe mal kurz mein Wächter hier hin gucken wir da mal an was die so sonst noch so treiben weil ich denke mal dass die jetzt wieder hinter uns bauen werden ist das Problem wieder das oh Kake da hat einer auf mich geschossen oh Kake da schießt du mich nein ich kann mich schnell genug da rein ach komm man ich hab fast meinen Energiekenner spielt Wächter zerstört wollen die mich natzen den habt ihr ja schon auf dem Korn den gönnt ich mir dann auch verzieht diese verzieht diese Waffe diese Waffe verzieht so tschüss und das war nicht mein Kill hallo der ist runtergefallen mein Kill sein müssen oh da war gerade ein Zuschauer ein Zuschauer ist schon wieder weg vielleicht wahrscheinlich zu schlecht bin oder so was zu das waren mehrere mein Gott ach 3 kotzen wir spielen gegen die richtige Noob aber trotzdem kriege ich nix hin das ist gerade mal fast 3er KD aber ja gut 3er KD ist eigentlich schon so relativ gut für mich muss man dazu sagen also ich bin jetzt auch nicht so der Beste das will ich mir jetzt angucken lol hatte er ein Glück das gibt es doch nicht sein Kollege hatte Glück ey der guckt gar nicht in die Richtung und hat irgendwie mit der Rakete mir vergeschossen oder so und er holt mich weg da hätte ich locker wenn ich ihn gekriegt hätte hätte ich den anderen auch noch mitgenommen aber nein aber nein Computer sagt nein jetzt hat einer ums Haus gesprungen wieder nur ein Assist Menschenskinder hier tschüss tschüss Ach du heilige die sind wieder alle auf der einen Seite und er holt mich wieder das gibt es nicht er war aber wieder auch tierisch rot aber nein er stirbt nicht nur kurz ein bisschen Ammo Ah komm schon Wenn wir das bauen kann ich wieder hier rumrennen mit 187 einer ist oben drin Lappen Wat ein Lappen Wow Alles klar hab ich ein bisschen geschimmelt nur ganz minimal der war nicht schlecht der war gut abgeahmt oh da schießt die Snipe jemand auf mich Perfekt danke für den Blitzschlag Ah zu viele zu viele muss ich mit Technik taktischer spielen auf jeden Fall aber da kriege ich meistens nicht hin ich meistens zu inkomponenten bin Jawohl er hat seinen Ripper eingesetzt und ich hab ihn trotzdem gekriegt Ah komm schon ey das wäre viel geiler gewesen als mein Kill gewesen das wäre viel viel geiler gewesen einfach wir sehen uns in der Basis scharf schwitze alles klar komm her komm her wenn du brennen willst so genau gucken wir doch einfach mal nochmal wegen dem Sound wollte ich nochmal gucken also ich finde ich bin nicht ganz schön dazu spät ich wollte mal anhören wie das mit schießen ist das nicht so laut ist das schießen aber das ist richtig dumm man hört wirklich dieses dieses komische zirpen weiß ich nicht was auch in meinem Hintergrund diese technische bäh die technischen Durchfall jawohl jawohl da haben wir die 10 Kryptos gekriegt hier für das was wir gemacht haben Vollmantelgeschosse naja brauchen wir nicht wenn ich das jetzt schon drauf habe müsste das optimale was im Montanhaar drauf haben kann die beiden sind noch ganz gut und das natürlich ist auch mega gut und das natürlich auch warte mal haben wir eigentlich was haben wir eigentlich drauf wir haben schnell ziehen und Griff drauf oder was haben wir drauf ja schnell ziehen und Griff das ist eigentlich das perfekte ich glaube zielen bei rückschloß mit zielen für zielvorrichtung genau frag mich nicht wieso weshalb warum wenn ich frag bleib dumm aber wir wollen mal gucken Bonus hier noch ein Waffenspiel probieren ne wir probieren weiter mit der mit der Dings auf Nuklear zu gehen weil ich das auch so gut hinkriege mit Nuklear gehen easy weil ich auch mein Energiecamp bis jetzt ich glaube einmal erspielt habe oder sowas ich bin halt voll voll der Skilla bin ich halt mal gucken 21 Stunden oh nein ich hab das zu spät gemacht oh nein kacke muss ich da 21 Stunden warten bevor ich die nächste große Ladung Kryptos kriegen kann lass mal kurz den Stream laufen ich bin mir auch noch am Handy ja ja damit jeder deiner Zuschauer hallo du einer Zuschauer lol achso warum ich hab so ein großes rotes Mikrofon aber warum ist das oh man so soll mal sehen wie laut das mit dem schießen ist alles klar also das war schon wieder viel geschossen hä wer ist bei mir ist das wer ist das hier danke schön wir müssen den Kollegen mit reingedient nice warum das ist nur kurz gucken wer das ist das ist wird mir jetzt noch vergönnt sein wie heißt denn der lustig was nicht wie der heißt oder sehe ich vielleicht kann ich kann ich einschätzen wer es ist guck mal kurz da hinten in seiner Ecke kurz ist nix alles klar nix ok wer are you i don't know hier bist du nicht bei lol du bist ja relativ neu sogar ähm Freunde kann ich mal alle anzeigen ne kann ich nicht ok alles klar ach keine ahnung ich kann die kann ich einschätzen jump so einer ist jetzt auf mir in meiner lobby ja komm sitzt da halt zu zweit drin sitzt da halt zu zweit drin ne kriege ich auch nicht weg das gibt's nicht ich hab gerade echt nichts am laufen hier ach das war oh mein gott ey bin ich schlecht gerade soll man nicht auch die bomben hier planten oder so ja komm mach ich mal weil muss man nicht ablenken lassen hier durchs spiel sondern machen wir einfach mal durch planten hier sind wir beide bomben platziert das ist nice sehr nice boah mach ich denn hier gerade beide bomben einfach entschärft ey beide bomben komm platzieren 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 los ich krieg den hinter mir danke wenn ich es platziert kriege dann haben wir noch Zeit wenn wir sogar eine gesprengt kriegen wir noch viel mehr Zeit was habt ihr das gesehen das war einfach ich war komplett drauf komplett aber hundertprozentig war ich da drauf wesentlich wieder entschärft war klar boah come on du kackbune 10 sekunden noch das schaffe ich nicht mehr zu A aber ein anderer schafft es vielleicht ein anderer schafft es vielleicht komplette komplette durch komplette durch jawohl sehr schön sehr sehr schön ich habe sie noch ein bisschen abhalten können aber wenn die jetzt defuse kriegen haben wir Pech dann haben wir verkackt ja ach komm keine chance 9 zu 11 wird's nix ist bei ist der ist der Kollege der mitspielt früher games COD sieh nicht bin ich behindert keine ahnung was da los ist ich glaube ich spiele vielleicht mal kurz wieder die WMP ja und hi da war ich schon wieder komplett drauf und ich treffe wieder nix so unrealistisch manchmal einfach natürlich jetzt sehen direkt drauf sehr schön toll gar keine chance gegen gehabt gar keine chance einfach ja komm jetzt reicht es mir hier neu wir haben sie entschärft gekriegt nice haben die echt entschärft gekriegt hammer gut team hammer gut team das vergessen platzierst nicht ja was 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 ist mit diesem m2 holmer oder sowas tritt man nicht tot und und entschärfen direkt entschärfen vielleicht packe ich es vielleicht packe ich es nein war das knapp oh war das knapp komm schon joni ich kann es mich nicht leben lassen mensch ja ach komm zwei leuten halbes magazin gedrückt zwölf sekunden haben die noch für die bombe ich wollte ein verdreiß sein aber habe ich nicht hingekriegt ich dachte er gibt mir ein bisschen rückendeckung aber kann man vergessen feindliche schwebeladung im operationsgebiet äh nee oder bombe online kein bock mich gegen den eins anzulegen wie soll es der ist mir auch mir auch egal joni hat einen wallhack oder sowas guckt es euch an weiß ich auch genau wo ich herkomme aber irgendein Stand Achtung feindliche Vorräte von oben mehrere feindliche Drohnen gesichtet Achtung feindliche Drohnen gesichtet stirb doch dankeschön feindliche Drohnen nähert sich Achtung feindliche Schwebeladung gesichtet komm Team deck mich deck mich Team ach man Team ja haben wir gut verloren ne dead team beste das ist traurig das ist echt mega traurig für Masken auf die sind geil aus die sind geil aus die Masken für den Firebreaks natürlich Firebreaks sonst was anderes können die ja nicht spielen anderes kann man natürlich nicht spielen als als Könner Hust Hust jetzt kann ich mir wahrscheinlich jetzt mal kurz das Team Profil von dem angucken wer das ist ich habe immer noch keine Ahnung wer das ist absolut keinem blassen Eingabe weiter ähm Steam Profil weil irgendwer sagt mir sagen wir mir bestimmt was ist nix ist nix 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 ich habe dich irgendwann geeditet aber boah ja keine Ahnung keine Ahnung ich gehe auf meine Lobby raus Party mitnehmen besuchen Standard ah Bonus wollen wir mal sehen dass wir hier eine andere Lobby finden ah ist die gleiche Lobby gar keinen Bock auf die Lobby wieder Party mitnehmen wir suchen Standard TDM los was soll's Merkel muss weg bester Name ich bin fast dafür dass ich mal auf YouTube switche mit dem Stream guck mal was da so auf YouTube abgehen kann ich hab dann YouTube überhaupt noch nix eingerichtet weil so das hätte ich vielleicht auch mal machen können ich guck mal guck mal immer zwischendurch guck ich mal ein bisschen noch auf YouTube wie ich das da einrichte und sowas wenn es nicht mehr reicht ist auch egal der Kollege hat verlassen okay interessant Video Manager ne Livestreaming ist das dann genau aber jetzt spielen wir erstmal die Runde so ich will auch die Farmers aber spielen Mensch ich vergesse es immer wieder ja ach komm genau ja ihr soll wieder mit der Scheiß Drakon am Start was zur Hölle warum töd ich denn nix das gibt's doch nicht so auf diese eine Ecke der konnte eigentlich gar nicht daherlaufen aber nein wir können doch locker herlaufen ach komm ey ach komm ey ach komm ey ach komm ey wieviel ich mir gedrückt habe wie viel ich mir gedrückt habe und er nicht gestorben ist wie viel ich mir gedrückt habe und er nicht gestorben ist weg mit dir du blödes asche locher nachkommen 5 5 immerhin immerhin wieder positiv nicht mehr lange nicht so weit das spiele hier also das ist gerade grausam muss man kurz wieder auf den reiter wechseln wenn ich sehe ob überhaupt jemand da ist feindlicher wächter im einsatzgebiet ok tschüss tschüss oh nein kommt schon weil dieser iso der ist da selbst nicht da oben schau womit ihr will denn da rausgehen ist das dumm so ja komm schon es war aber gar nicht schlecht gespielt von mir gerade schön hinter dem eigentlichen der wächter von denen versteckt sagen wenigstens habe ich den einen weggeholt einen blöden camper schaui der blitzschack einen weggeholt komm schon gibt es nicht er wird da mein wächter platz sind damit er nicht hoch kann aber der wird jetzt gleich wieder sitzen und der scheiße in als fest rakan so ein drak und bob keine chance musste nachladen ja komm ich mich noch gibt es nicht ich will nur noch da eben was hinstellen damit er dann nicht mehr mal hoch kann die seine drak und bob habe ihn gesehen ja man auf die entfernung kann man die dinger die das teilt vergessen wie er trifft mich nur einmal ich bin instant tot schau du idiot schau mit v man hätte denn die waffen nicht leer geschlossen haben hätte nämlich keine chance obendrauf war noch einer genau gesehen traue ich mich jetzt nicht keine chance keine chance ach komm schon und dann wurde ganz aber eine drohne ich bringt ja irgendwas oh mein gott diese camper das ist ja echt grausam also dieser iso hall und der kussel die sind beide nur am schimmeln oh mein gott iso hall please give get any skill diesmal steht da keiner nein ja mein wächter zerstört wir haben mein wächter zerstört man ich brauche noch einen einen gegner kommt schon für sich irgendwie ich muss irgendwo rein ich muss irgendwo rein wow jawohl den haben wir erwischt den haben wir natürlich nicht erwischt really really bad game los win dracon and camping best skill der hat nur die shiva gespielt der hat nur die shiva gespielt zum kotzen ja das frag ich mich auch prestige 201 und ein 8 zu 17 der muss sniper gespielt haben ja wow bunning hopping ist mit dem spiel drin camping ist einfach nur lau lau weißt du sitzt einfach nur die ganze zeit in der ecke das ist echt mir ist das zu langweilig da bunny hoppe ich lieber da bunny hoppe ich lieber wow themal auf der waffe bringt mir viel weil die waffe auch so genau ist glaube ich verlassen klasseneditor hier haben wir jetzt themal gekriegt aber wow bringt uns gar nichts mal ganz kurz gucken nach ich spiele gerade alles black ops 3 spiele black ops 3 gucke ich wenn man nachher gerade alles black ops 3 spielt weil ich wette dass da einige bei sind die da alles klar ja ziemlich am eskalieren sind ich deswegen absolut keine aufrufe kriege und deswegen schütze ich einfach mal das game jetzt weil ich habe auch keine lust wirklich auf black ops irgendwie weiß ich nicht oh nienchen spielt auch nö aber nein aber nein einfach am vernein komm chat lade wieder hätte vielleicht nicht in einem tab gehen sollen in dem ich wie auch immer so origin mein passwort für origin das ist immer das das problem mein passwort für origin kenne ich nicht auswendig also kenne ich schon auswendig aber nicht mehr so gut nein das war meine kopfhörer also meine kleinen kopfhörer nicht meine großen dicken schönen kopfhörer sondern nur so billig dinge meine blöden kopfhörer ey so ähm mein passwort ist kannst du jetzt auch laut aussprechen ist ja eh keiner da hätte er da wohl gerne ähm das da genau was ist nicht korrekt wochepp hast du es nicht aktiviert ne ne wochepp hast du es nicht aktiviert was nochmal ne will er nicht er will merken mein passwort nicht mehr warum will er mein passwort nicht mehr hä warum will er mein origin passwort nicht mehr jetzt ist natürlich ein zuschauer wieder da geht sofort weiter mensch 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 ähm oder willst du black up sehen kannst du schreiben ich hoffe du kannst schreiben ich war gerade dabei das spiel zu switchen ähm ich hoffe du kannst schreiben aber ich glaube nicht so ich hoffe du kannst schreiben aber ich glaube nicht so dann bist du wahrscheinlich nicht angemeldet bei twitch bei der zuschauerliste sehe ich dich nämlich nicht ich weiß warum das immer falsch war man bin ich dumm ich habe ein passwort rausgefunden so aber das ist dumm ey jetzt funktioniert es auch geht doch ich würde jetzt mit mirows edge weitermachen da ach komm du mich auch ey da black ops ja auch gerade von relativ vielen großen gespielt wird macht das glaube ich keinen großen sinn dass ich das spiele und ich habe gerade irgendwie auch keinen bock mehr auf black ops deswegen wollte ich mal auf mirows edge wechseln was ich jetzt auch mal starten werde genau und was dann mein obs auch hoffentlich schlucken wird dann muss ich mal kurz mirows edge hinschreiben ey Bildschirme hört auf auszugehen ich spiele es aber ein bisschen laut lautstärke mixer genau müsste hoffentlich besser sein äh mirows edge katalyst spiel ist natürlich dann mirows edge katalys 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 ähm nebenquests natürlich so ihr seht natürlich noch nichts sollte ich jetzt ändern komm jetzt 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 ändere ich das ähm mit dem aufnehmen full szene eigenschaften so wenn ich jetzt mirows edge öffne sollte sich eigentlich das ganze erschließen dann ja da haben wir doch mirows edge da haben wir mirows edge doch am start auf auf jeden Fall muss ich meine musik dafür ausmachen hoch das problem ist wenn ich jetzt mit der einen die eine musik ausmache geht die andere musik an eh eh hab ich grad nicht mit einberechnet das war ein bisschen dumm aber jetzt sollte ich jetzt sollte ich die musik ausmachen können ja weil bei meows edge ist ja eigentlich immer ganz coole musik bei kommen wir hier auch weiter und das ist aufgehangen also es läuft auf jeden fall noch aber es lädt es lädt es lädt alles gut so spiel fortsetzen wird jetzt aber keine story mission machen da ähm ich nur die für als fürs lp aufheben werde wird jetzt so diese dinger da sammeln die da kommen wir dann jetzt am leichtesten da hoch zack jawoll jetzt nur noch einen höher easy easy going zack jawoll was ist denn das das leckt irgendwie mega oh ich verstehe das warum leckt denn das so krass kommen wir noch hier eben drauf genau und dann laufen wir natürlich auch wieder hier auf das Dach weil hier sind echt viele gewesen ist auch noch was hilfe sind das viele schon wieder hier zack das leckt echt krass muss man einmal kurz nochmal eine aufnahmesoftware anschmeißen dass ich sehe wieviel fps ich habe aufnahmesoftware action yo professionalität am start komm schon action öffne dich ja ja du sollst dich öffnen dankeschön ja da öffnet sich action auf jeden fall oh shit äh ja komplett abgeschmiert hilfe hilfe nurse edge bitte hör auf damit ah da haben wir es ah da haben wir es da haben wir es da haben wir es fühlt sich irgendwie ruckelig an aber es ist glaube ich nicht ruckelig also laut äh action ist es nicht ruckelig oder das meine ich zum beispiel oder haben wir was zum sammeln was zum sammeln okay ja ja nice wie viele von den dingen einfach sind man wie viel brauchen wir noch bis zum nächsten nächsten dings eigentlich 17.480 von 18.000 haben wir okay gar nicht mehr so viel brauchen wir jawoll wir müssen noch eins sehr nice afail 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 dankeschön was ist das hier oh aufnahmen okay 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 das war anscheinend eine freundin oder so wieso sind wir denn da hinkommen? ich verstehe grad nicht wie wir da hinkommen sollen mal gucken vielleicht finde ich irgendwie einen weg oh das war nix das war doch was lol naja ist auch egal ähm was zur hölle hast du da getan face? was zur hölle? was sollte das? so läuft der stream da wenigstens ansatzweise gerade? ne hör auf mir werbung abzuspielen dankeschön muss auch wenn wir das dings offen haben damit das überhaupt läuft und die audio muss ich mal wieder kurz checken so wird auch jedes maus klicken und so von mir ne? hier können wir rein bisschen run von da so wow wow sind hier fast runter gefallen aua oh shit oh shit ich bin immer noch krass zu laut man das spiel kann man viel lauter machen Problem ich kann da nicht einfach so raus switchen weil das komisch eingestellt ist das spiel und ich glaube ich muss das Scarlet Solo oder so zurückschicken das geht nicht klar das ist irgendwie ich weiß nicht woran es liegt keine ahnung und das Scarlet Solo ist eh kaputt ich probiere es erst damit weil das dbx was ich habe habe ich mir auf ebay gekauft das kann ich nicht eben zurückgeben und auf jeden Fall das Scarlet Solo ich weiß nicht was damit los ist aber ich schätze mal das ist das ist der Ursprung der Sache hier waren wir doch auch schon mal unten mussten wir doch da hoch rennen genau in der Story Mission ja klar ich bin jetzt auch noch ein bisschen weiter hier als wie ich auf YouTube jetzt bin wirklich weil ich natürlich ein paar Folgen schon aufgenommen hatte aber halt noch nicht alle ne? also ich glaube ich bin zwei Folgen oder so voraus jetzt bei YouTube wow jawoll Glück gehabt Omni Omnisa Tunnel ok da befinden wir uns also in den Omnisa Tunneln hier geht es nicht weiter doch hier ok hier geht es auch nicht irgendwie weiter aber da kommen wir glaube ich hoch so ein bisschen springen jawoll und da hoch können wir uns auch ziehen oh hallo drei Zuschauer was geht ab? geht denn jetzt auf einmal los auf einmal sind es drei geworden statt nur einer ähm wo geht es jetzt denn? kaum spiele ich ein anderes Spiel außer Black Ops ich habe keine Ahnung wo ich jetzt hin gehe bitte mal alles klar wenn wir den sprungen jawoll geschafft sehr schön irgendwie immer noch das Gefühl dass das nicht wirklich also ihr seht auch ihr seht auch meine meine Aufnahmesoftware oben links ne? ich hoffe die stört jetzt äh oben in der Mitte oben links ist gut oben in der Mitte seht ihr ja dieses äh Action Aufnahmegedöns ich hoffe das stört euch nicht allzu sehr ich will nur wissen wie viel FPS ich habe damit ich dann ähm das als Ausrede nehmen kann dass meine FPS so gering sind aber meine FPS sind eigentlich gar nicht so gering also keine Ahnung aber ich habe irgendwie das Gefühl dass es laggt naja wow hier längst ging es zwar aber doch 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 hier müssen wir her wir wollen ja wieder zurück ey 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 hörst du auf dankeschön so und weiter hoch ich will doch nur wieder hier raus Mensch gut da sind die zwei Zuschauer auch wieder weg alles klar oh nein das habe ich jetzt getan was war dumm das Spiel kommt sofort wieder wird nur meinen Stream eben beenden also meinen Stream so beenden dass ich da nicht mehr Connection Probleme oder sowas habe gucke ich ihn jetzt so könnte man auch tricksen aber ich glaube doch nicht ich weiß noch genau wie ich hier hochgeklettert bin ich weiß es noch genau äh als ob es gestern gewesen wäre hust hust als ob es gestern gewesen wäre so wo haben wir jetzt ein paar Nebenquests oder so mal gucken und hier sind noch ein paar Kids hier ist ein Timetrail hier ist ein Dash komm wir laufen mal zum Dash wir laufen einfach mal zum Dash da hinten ist der Dash irgendwo und euch beiden die jetzt beide da seid bitte lasst euch nicht abschrecken von meinem komischen Mikrofon Sound ich habe keine Ahnung warum das so ist ich werde das werde ich auch diesen Stream noch mindestens 10.000 mal wiederholen aber irgendwie ist da was nicht mit in Ordnung ich habe keine Ahnung es regt mich mega auf aber ich wollte jetzt unbedingt streamen weil das hatte ich auch irgendwie versprochen und irgendwie wollte ich das und irgendwie bla naja naja die Dinger sammeln wir auf jeden Fall hier noch sind nämlich immer ganz wertvoll die Dinger 17 von 50 ey wie krass wie viele gibt es denn davon jedes Mal 10 EP sind immerhin 500 EP wenn man alle hat hinterher wo hieß der Dash Project Dash oh shit 9 Sekunden ok ok 9 Sekunden kann ja nicht so lange sein ne ok abrollen oh nein das war schon das war schon kacke shit ey 3 Sterne schon verkackt demnächst wird in 9 Sekunden geschafft ey ach man ok ok keinen Sterne halten aber das können wir wiederholen auf jeden Fall das war grad das war grad einfach nur schlecht das war grad einfach nur schlecht ähm RR Neustarten ich hatte gerade schon wahre Hoffnung dass da jemand eine Nachricht geschrieben hat dann war es doch noch mein Donation Goal schade schade ja das war diesmal was besser viel besser bis jetzt viel viel besser nein 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 zwei Sterne immerhin ich werde nur noch einen dritten holen können dann wären wir ein Zuschauer relativ lange da aber gut dass jetzt keiner mehr da ist dann switche ich mal auf YouTube vielleicht sind dann ein paar mehr da aber einmal probiere ich es noch einmal probiere es noch ach schon verkackt erhalten für Neustart ok erhalten für Neustart und drei Sterne sind doch wohl drin hier Drei Sterne sind doch wohl locker drin hier aber das schon wieder fehle ja jetzt schon jetzt schon am eskalieren da kann man jetzt wieder vergessen alles klar so komm schon ja komm ja da ist einfach nichts vor mir und ich bleib einfach hängen richtig amüsant richtig amüsant und neu starten Mann wieso macht der Wallwonder denn jetzt nicht die ganze Zeit komm schon hat wieder keinen Sinn mehr ich kann nicht auch einfach ich glaube das ist sogar fixer gewesen wollen wir rumrennen ah fuck und wieder so kacke genommen das Ding ne ach komm schon Wooser ja zwei Sterne haben wir zwar aber trotzdem zwei Sterne reicht mir eigentlich nicht und hier und 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 schneller 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 und 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 schneller 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 das war nicht schlecht bis jetzt ist das ein echt guter Lauf dann kommt wieder sowas guck mal was ist das ich springe ab und er wird einfach irgendwie hängen oder so keine Ahnung naja ich wende das spiel hier an der stelle und ich wende auch den stream hier an dieser stelle und switche um zu youtube oder ich switche auch glaube ich gar nicht um zu youtube sondern ich höre einfach auf kein bock mehr wenn keiner da ist und dann macht das auch keinen Sinn und ciao ciao bis zum bis zum bis zum